Dieses kleine Baby schockierte die besten Chefs in der Welt, denn schon mit zwei Jahren sieht er bereits aus wie ein Profi. Obwohl es super gefährlich wäre, ein Baby in die Nähe einer heißen Bratpfanne zu lassen, ist dieser Junge geschickt genug, um alles alleine zu kochen. Aber jetzt wird es noch verrückter, weil manchmal bleibt er stecken, trotzdem gibt er niemals auf, um den finalen Ergebnis zu erreichen. Aber warte ab, bis du sein fertiges Meisterwerk siehst. Zuletzt bekommt er ein wenig Hilfe mit der Saus und öffnet dann schließlich sein selbstgemachtes Pita-Brot, um ein köstliches Eiersandwich zuzubereiten. Findest du auch, dass er ein Profi-Koch ist? Diese Frau rettete das Leben dieses Schmetterlings. Sie versuchte ihn mit einem Stock herauszuholen und vorsichtig herauszuziehen. Aber sobald er herauskam, fiel er sofort auf den Boden. Deswegen hob die Frau ihn auf und der Schmetterling versuchte davon zu fliegen. Aber leider konnte er es nicht, weil seine wunderschönen Flügel gebrochen waren. Dann passierte etwas Unglaubliches und du musst das sehen. Denn die Frau ließ ihn nicht einfach gehen, sondern brachte ihn sogar zum örtlichen Tierarzt, als ob sie sich verantwortlich fühlte. Für zwei kurze Tage machten sie alles zusammen, genau wie zwei beste Freunde. Aber der traurige Teil ist, als sich die Flügel des Schmetterlings erholten, brach das Herz der Frau, als sie ihn gehen lassen musste. Wenn dich das berührt hat, abonniere! Diese Frau rettete einen Baby-Igel, der nicht atmen konnte. Weil seine Familie nicht in der Nähe war, brachte sie das Baby mit nach Hause und zog es unter ihrer Obhut auf. Aber bald zeigte der Igel unglaubliche Fortschritt und seine kleinen Stacheln begannen zu wachsen. Aber du wirst nicht glauben, was dann passiert ist. Denn als die Frau anfing, das Baby ihrem Hund vorzustellen, konnte es leider seine Augen noch nicht öffnen. Aber der Igel wurde jeden Tag stärker und nach ein paar Monaten ist der Baby-Igel erwachsen geworden. Aber dann hat er sein Zuhause für immer gefunden, wo er es liebt, am Pool Erdbeeren zu essen. Wenn du ihn auch haben möchtest, abonniere! Dieser kleine Typ ist der Beweis dafür, dass man im Leben niemals aufgeben sollte. Als dieser große Kerl sich lustig über ihn macht, indem er seinen Kopf blockiert, hat er etwas Unglaubliches gemacht. Er tritt auf das Bein des großen Kerls und schleudert ihn wie eine Rakete. Dann drückt er ihn zu Boden, weicht seinem Schlag aus und wirft den großen Kerl aus dem Ring. Aber das ist noch nicht alles, denn schau, was als nächstes passiert. Ein anderer Kerl betritt den Ring, aber der kleine Typ weicht ihm aus. Und als er versucht, ihn hochzuheben, führt der kleine Typ einen supercoolen Trick aus und schleudert ihn aus dem Ring. Aber damit ist noch nicht Schluss, denn ein anderer Kerl betritt den Ring und drückt den kleinen Typ mit seinem Oberschenkel. Das machte den kleinen Typ so wütend, dass er ihn zu Boden stieß und den großen Kerl so hart schlug, dass er direkt einschlief. Die Lieblingsente dieser Frau hatte gerade ein Ei in ihrem Garten gelegt. Das Ei rollte bis auf die Straße, aber die Frau legte es dann vorsichtig in einen Inkubator und wartete geduldig darauf, dass es wächst. Bald begann das Ei zu wachsen und das kleine Entchen kämpfte sich aus der Schale heraus. Aber zuerst war das Entchen schüchtern, aber mit der Liebe der Frau fand es Frieden unter ihrer Hut. Die kleine Ente liebte es, seiner Retterin hinterher zu rennen und folgte ihr überall hin. Nach einiger Zeit wurde das Entchen in eine wunderschöne Kreatur, die ihre Tage mit Lachen und Freude erfüllte. Und wenn du diese Ente süß findest, abonniere. Es liegen hunderte von kleinen Diamanten auf diesem Tisch. Alle Diamanten werden mit diesem kleinen Schaufelchen gesammelt und vorsichtig in einen Behälter mit kleinen Löchern gelegt. Dann wird die Box geschlossen und sehr schnell über den Tisch bewegt. Das muss sorgfältig gemacht werden, da jeder kleine Diamant tausende von Dollar wert ist und kein einziges Stück verloren gehen darf. Danach stellen wir fest, dass alle kleineren Stücke perfekt außerhalb der Box getrennt wurden, während die größeren Stücke darin bleiben. Anschließend werden alle Diamanten auf dem Tisch vorsichtig gesammelt und in einen kleinen Plastikbeutel gesteckt, der zur Sicherheit verschlossen wird. Dieser Militärvater hat seinen Sohn seit zehn Jahren nicht gesehen, weil er zur Armee gegangen ist. Aber die Reaktion des Jungen wird dich schockieren. Als der Mann mit dem Haarschnitt fertig war, zeigte er ihm endlich den Spiegel. Und dann bemerkte der Junge, dass die ganze Zeit sein Vater hinter ihm war. Wenn du deinen Vater auch liebst, abonniere. Diese Oma hatte den schlimmsten Tag überhaupt. Als sie diese Erdbeere fand, versuchte sie, die zu essen. Aber niemand wusste, was dann passiert. Die Oma hat überhaupt keine Zähne. Und die Erdbeere kam genauso zurück. Deswegen versucht sie noch einmal darauf herum zu kauen. Und nachdem sie sich so angestrengt hat und gesehen hat, dass die Erdbeere immer noch die gleiche ist, hat sie realisiert, dass sie es nicht kann. Und das war ihre Reaktion. Wenn du die Oma süß findest, abonniere. Dieses Mädchen hat eine Entwicklungsstörung und hat Schwierigkeiten, Freunde ihres Alters zu finden. Aber letztes Jahr, als sie zwei neue Freunde fand, konnten sie nicht kommen, um sie zu treffen, weil sie weit weg wohnten. Deshalb reisten sie extra zu ihrem Geburtstag, nur um sie zu überraschen. Und als sie ihre Freunde sah, fing sie an zu weinen, weil sie nicht erwartet hatte, dass sie kommen würden. Wenn du denkst, dass sie wahre Freunde sind, abonniere. Dieses kleine Kind wartete darauf, dass sein Vater ihn abholt. Aber er war nicht bereit für das, was als nächstes passieren würde. Denn während er wartete, kam ein Lamborghini neben ihm an. Zuerst dachte er, es gehörte jemand anderem. Aber als es dann realisierte, dass es sein Vater war, war seine Reaktion unbezahlbar. Wenn du deinen Vater auch liebst, abonniere. Diese Frau schockierte ihre Familie, als sie ihnen sagte, dass sie schwanger war. Weil als sie sagte, dass sie den Alkoholgetränk nicht trinken kann, weil sie schwanger ist, hat niemand mit ihren Reaktionen gerechnet. Aber diese Enthüllung der Schwangerschaft war noch verrückter. Und du musst es sehen, weil diese Frau ihre gesamte Familie auf der Treppe für ein Familienfoto aufstellte. Doch anstatt Käse zu sagen, sagte der Fotograf ihnen, Tiffany ist schwanger zu sagen. Und du wirst die Endreaktion nicht glauben. Abonniere, wenn du deine Familie auch liebst. Dieser Hund hat eine Ehe gerettet. Als der Trauzeuge fragte, ob jemand was gegen diese Ehe hat, hob dieser Mann seine Hand und stand auf. Aber du wirst nicht glauben, was dann passiert. Er ging auf das Paar zu und sagte, er möchte etwas loswerden, das ihm schon lange auf dem Herzen lag. Aber das Paar wusste nicht, was sie tun sollten. Also sprang der Hund ein. Und du wirst nicht glauben, was er als nächstes tat. Denn der Mann immer wieder, es tut mir leid, sagte. Aber der Hund biss ihn immer wieder, bis die Frau ihm sagte, dass er zurückkehren soll. Glaubst du, der Hund hat das Richtige gemacht? Dieses Mädchen hat ihren größten Traum erfüllt. Als sie mit ihrem Vater im Einkaufszentrum war, schaute sie immer wieder zu diesem Luftballon und verliebte sich sofort in ihn. Als die Frau das sah, entschied sie sich sofort, ihn ihr zu schenken, ohne auch nur einen Moment zu zögern. Und das wirklich Erstaunliche ist, dass sie super glücklich wurde und anfing zu lächeln. Denn ihr Lächeln machte auch die anderen Frauen mega glücklich. Diese Babykätzchen hätten nicht überlebt, wenn die Frau nicht da gewesen wäre. Die Katzenmama lebte leider im Straßengraben, aber zum Glück bemerkte die Frau das und versuchte, sie zu retten. Es fiel ihr jedoch schwer, da die Mama sehr verteidigend war. Zuerst verwendete sie ein Netz, um die Kätzchen herauszufischen. Nach einiger Zeit gelang es ihr, fast jedes Baby zu retten. Doch die Mama war immer noch nicht da, also benutzte die Frau die Kätzchen selbst, um sie herauszulocken. Aber du wirst nicht glauben, was dann passierte. Als die Mama endlich mit ihren Babys zusammen war, wuchsen die Kätzchen schnell und fanden innerhalb kürzester Zeit alle ein Zuhause für immer. Abonniere, wenn du Katzen liebst. Dieser kleine Junge wurde erwischt, als er sich das Innere dieses Autos ansehen wollte. Aber dann passierte etwas Unglaubliches, als der Besitzer den Vater und seinen Sohn gesehen hat. Willst du dich in der Seite sitzen? Oh nein, danke. Hins? Da, schau dich. Danke. Bravo. Danke. Du kannst dich in der Seite sitzen. Oh nein, das ist okay. Das ist schade. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Wenn du denkst, dass er süß ist, abonniere. Nachdem er seinen kleinen Bruder an Krebs verloren hatte, war dieser Hund da, um ihm durch die Depression zu helfen. Aber der Hund ist für drei Wochen verschwunden. Das brach dem kleinen Jungen das Herz, bis die Mutter einen Anruf von jemandem bekam und ihr sagte, dass sie seinen Hund gefunden hatten. Sie war wirklich glücklich, die gute Nachricht zu überbringen und wollte unbedingt die Reaktion ihres Sohnes sehen. Sie haben sich eine Weile angeguckt. Aber der kleine Junge konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Denn er dachte, er würde seinen Hund für immer verlieren, genauso wie er seinen Bruder verloren hatte. Ich traie noche Lindsey, bis sie sind. Deine unfreaktion. zerätig. Untertitelung des ZDF, 2020